gegner ja jetzt hallo fliegt doch mal hoch sobald die munition leer ist schießt das ja ab jetzt stirbt doch was muss ich hier machen nein ja hallo bin ich da falsch ich glaube ich bin da falsch es gibt nämlich keine möglichkeit irgendwas irgendwie zu stoppen ich bin hier falsch also falscher raum okay fliegen wieder zurück extra raum ja ne hier habe ich die tarnung bekommen liegt noch ein goldband rum oh ich habe ein extra läuft geönt toll oh was haben wir da hinten drin ist jetzt noch 5 of smoke nein was ist da drin irgendwelche fahrzeuge unbekannte bauweise würde ich sagen oh oh damn tschüss munition hier ist eine grafgoll rakete hä wo soll ich jetzt weiter ach da geht es weiter oder nein jetzt nicht weiter wo soll ich jetzt hin ja aber hä oh wo geht es denn jetzt wieder weiter schön ist auch die funktion licht zu machen kennt ihr die schon ich kenne sie nicht zieler fahrzeuge auch noch zieler fahrzeuge abstellen hier habe ich noch so nahkampf dreck was wer denn jetzt noch also dritte noch ein turm oder was naja scheiße eine dumme komm schon alles mal die luft sterbt doch einfach oh guck mal ich habe keine die Luft aufgelöst meine mama löst sich gleich in die Luft auf ich sehe ja nicht da mal wohin ich schieße okay jetzt fliegen wir dahinter dann verreckt nämlich auch der Typ da hinten it's like hitting your head ach nein wenn ich da hinten hinfliege dann Moment wir machen wir testen es mal und dazu fliegen wir nein nicht dahin ich habe das rätsel gelöst schön ich habe es gelöst ich weiß nur leider nicht wo ich hin muss suchen da rein ganz rechts ich hoffe wirklich ich renne dich so oft bis alle unsynchron sind gut Oh, das bohrt sich ein neuer. Oh, ich hab keinen. Na, hier bin wir Power Level 1 jetzt wieder mal. Da muss ich kurz mal gucken gehen. Hier hinten. Ob mein so brillanter Plan funktioniert hat. Hey, das war doch schon mal. Er funktioniert also nicht. Nein. Hey, hey, das war noch bevor ich was auch immer gemacht hab. Ich weiß, wie wir in die falsche Richtung geflogen sind. Nein, da wurden wir ja nicht hin, an der Beststelle. Wir holen noch mal da hin, zurück, auf die andere Seite. Und den Pyro-Flammwaffer-Dingsbums mitnehmen. Den Nachbrunner, ja, reinjagen. Hey, wir könnten auch jetzt mal... Ah, hinterfliegen. Still steht. Ja, aber was muss ich hier machen? Keine Ahnung. Nicht wichtig. Hä, ich hatte doch... Ach nein. Ich hab ihn nicht mitgenommen, weil er nach dem Speicher und nachpackt so nahe. Speichert und mit dem Ding wieder lädt. Pyro-Light. Full-Power. Ach ja, genau. Genau, ja, ja. Schon klar. Was sind wir doch sonst denn, dass ich ewig starten, die Einheiten? Ach, das Bohren gleich neue. Das ist echt wie alleine wäre es. Liegt das überhaupt irgendwas noch nicht, das Ding? Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Ich stecke das auf. Na, fick dich. Super. Merwende Scheiße. Was? Ich bin doch... Ach, ich hab doch noch mal... Weck mich. Weck mich. Leck mich doch. Hä? Was zur Hölle? Mist. Ich hab da gespeichert. Man ist da. Weit, weit und da unten. Ach so, das war der Spielstand, wo Scheiße war. Überwie meine ganze Ausrüstung auch weg war, oder? Nein, die ist sogar auch da. Hey, es kommt nicht mehr runter. Ich weiß zwar immer noch nicht, was es mir bringen soll, aber hey. Ich komm da auch nicht mehr raus. Ach, schön. Das ist schön. Kann ich den unbegrenzt lang aufladen? Scheinbar, ja. Ich verstehe jetzt nicht weg, was ich hier machen soll. Soll ich hier überhaupt irgendwas machen? Scheinbar nicht. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, aber ich treffe sie gar nicht. Das ist ja toll. Ich hab so viel Spaß mit dem Spiel. Kannst du dich beschreiben. Ich hab's doch keine Ahnung, ob mir das irgendwas dringendrück in die Zeit verschwende, aber ich mach es einfach. Weil ich sonst keine Ahnung mehr hab, was ich sonst doch machen könnte. Ist mir auch egal. Ich weiß jetzt nicht so genau, wo ich hier hin muss, aber das finde ich schon irgendwie. Ah, ich hab ja gar keinen Nito. Ah, bin ich doch schon richtig. Oh, jetzt lebt wieder noch einer. Ah, jetzt leben sogar noch zwei. Ich seh sie nur nicht. Dass es irgendwie so dunkel ist. Dass es nichts gibt, mit dem ich Licht machen könnte. Außer will ich durch die Gegend feuern. Ich hab mich beschießen lassen. Was ich jetzt mich beschießen lassen, ist nur ein ungenauer Plitz des Mundanzugaben. Hey, was? Noch einer? Das reicht's aber langsam mal. Hör mal auf hier. Ja, was denn? Diesen Goldbahn da, oder was? So. Woll. Ich hab eine Goldbahn bekommen. Wahrscheinlich spawnen noch mehr Gegner, wenn ich den mitnehme. Ja. Das war alles hier. Toll. Das hat so richtig gebracht. Ich hab mir eine Goldbahn bekommen. Hey. It's like killing your head against the brick wall. Ja, schön. Wie sind wir für lang? Nein. Ich bleib da lang, oder? Ja. Wo kommst du denn jetzt her? Wo stehst du mir jetzt den Weg? Verpiss dich. Was? Wo kommst du denn jetzt her? Was wollt ihr hier? Okay, ich fliege noch mal dahinter. Ja, super. Das ist ja unglaublich toll und so, ne? Was ist das? Ich hab's da. Ich hab's da. Ich hab's da. Ich hab's da. Ich verlange eine Erklärung. Was ist das Ziel des Ganzen? Das ist wirklich sinnfrei. Ich habe auch so bald alle Gegner besiegt. Also, kann ich jetzt gar nicht nachschauen. Hey, Schild. Ach ja, das habe ich vorhin liegen gelassen. Weil der Puno aktiviert ist. Na ja, das sind einfache Gegner. Nein. Kommen hier noch 3 oder 4, wenn ich das Secret mitnehmen würde. Nochmal 3, wenn ich da hinten reinfliege. Mach 6. Und jetzt habe ich schon 94 macht 100. Da fehlen nur 36 da oben. Dann hast du noch 2, 3 Secrets. Na ja. Das muss doch so langsam mal aufhören. Ah, toll. Diese Idee, was ich jetzt noch kehr auf den Rückflug. Plus die Gegner, die nicht... Naja. Plus die Gegner, die nicht mehr spawnen, weil ich den... keine Ahnung, schon irgendwie den gebackt habe. Weil vor allem ist da ja so ein Tump spawnt, der ja dann nicht mehr gespawnt ist. Und von ein paar anderen Gegner, die nicht mehr spawnen dann. Kennen den Sinn nicht so ganz... Ja, Bildschirm oder irgendwas. Was ist da oder was? Kann ich nicht einfach wieder gehen? Ich bin nicht überhaupt eingeschlossen. Ja, Beschlüssel. Boah, Mann. Was heißt da, Mann, überhaupt? Weiß es immer noch nicht. Das sagt mir auch niemand. Das ist nicht so rassistisch und sagt mir es. So, was kommt hier nochmal jetzt schönes? Oh. Das ist doch nur mal Treffen. Trefft nicht. Lohnt sich richtig. Auf. Na komm schon, lass dich mal töten. Aber töten, wenn ich das hier nur anschieße, aber nicht mitnehme, müsste ich ja das Siegel gefunden haben. Ohne das Gegner spawnen. Hoffe ich. Na, ist er. So, die Goldbahnen können mir mal am Arsch vorbeigehen. Ich hab genug Goldbahnen. Den Rest meines Lebens. Mit der Schutzeile Version 3 oder so. Schutzschild. Schutzschild mit. Schutzschild. 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 Wie auch immer. Kriegen noch mal dahinter. Irgendwie muss es doch hier dann weitergehen. Ich stehe doch nicht wie. Ich komm da ja nicht mehr raus, wenn ich da erstmal reingeflogen bin. Ich überseh irgendwas. So, jetzt sitze ich hier drin fest. Und das bringt mir das Ganze dann. You died. Toll. Und sobald ich wieder dahinter fliege, bin ich hier wieder oben. Oh, was ich natürlich so nicht schaffe. Mal schnell im Internet nachschauen, was ich machen muss. Was ja total offensichtlich ist, was man machen muss. Total. Mal. Kann das praktisch gar nicht übersehen. Hier ist es glaube ich schon zu spät. Hä? Okay. Scheinbar geht es mit der Waffe nicht. Okay. Andere Waffe. Hoffentlich geht es mit der. Ja. Vielleicht ist es jetzt. Ach ja. Dann sterbe ich eben. Mir ist doch scheißegal. Ach ja. Dann sterbe ich eben. Mir ist doch scheißegal. Mal. Oh, jetzt brennt es da drinnen noch. Sehr schön. Es ist immer schön mit dem Stein, wenn es brennt. Es ist immer schön. Ok. So. Mal gucken. Hä? Ich bin jetzt gescheuert. Okay. Was mache ich denn jetzt noch falsch? Ist schon irgendwas falsch? Ich weiß nicht mehr was. Hä? Warte doch einfach nur. Hä? Moment. Okay, keine Ahnung was genau ich falsch mache. Ich muss dagegen fliegen damit sie... Sonst muss man immer dagegen schießen, aber jetzt... Nein, jetzt muss man dagegen fliegen, weil... Sonst geht es natürlich nicht. Hier gibt es überhaupt gar keinen Sinn, aber... Vein? Ja, wie war das? Was? Ach, leck mich! Jetzt fliegt doch da neu! Nee! Ach komm! Egal was für Waffe ich mir in dieses Falsche. Was ist denn der Gegner jetzt?